Eine herbe Niederlage muss die AfD bei der Oberbürgermeisterwahl in Bitterfeld-Wolfen einstecken. Dort hat ein ehemaliger Polizist sich für die AfD beworben, um das Oberbürgermeisteramt zu erzielen, zu gewinnen und hat jetzt in der Stichwahl verloren. Wir gucken uns die Situation ganz genau an. Ich bin Olli, wenn du neu bist, jetzt ein Abo dalassen. Und wir sehen das, mittlerweile berichtet auch die Presse so ein bisschen darüber. AfD-Kandidat scheitert in Bitterfeld-Wolfen bei Oberbürgermeisterwahl. Und es ist kurios. Wir haben das ja jetzt schon häufiger gesehen. Wir haben das beispielsweise auch in Nordhausen gesehen, dass zuerst, wenn zwei, drei Kandidaten da sind, der AfD-Kandidat haushoch am Führen und auch am Gewinnen ist, die Wahl. Dann heißt es aber, klar, man braucht 50 Prozent, ansonsten geht das Ganze in die Stichwahl. Wir haben es in Nordhausen gesehen und in verschiedenen anderen Bereichen ebenfalls, wo solche Wahlen in den letzten Wochen und Monaten abgelaufen sind. Wir haben es einmalig gesehen beim Robert Sesselmann, dem Landrat in Sonneberg, dass er diese Stichwahl dann gewonnen hat. Aber die war auch schon relativ knapp. Dann haben wir in Nordhausen gesehen, dass es auf einmal einen, ja, ich sag mal, leichten Umschwung des Wahlergebnisses gegeben hat. Hier auch nochmal grafisch dargestellt. Als dann die Briefwahlzettel ausgezählt wurden, ging das Ganze für den Herrn Buchmann dann deutlich nach oben. Ich will damit nichts unterstellen. Ich will das einfach nur nochmal so festhalten. Man kann natürlich argumentieren, ja, die Leute von der AfD, die sagen, nee, Briefwahl mache ich auf keinen Fall. Dementsprechend kann es natürlich wirklich realistisch sein, dass so viele Briefwähler natürlich einen ganz großen Einfluss auf so eine Wahl haben, weil die dann sind zum Beispiel einfach für den Gegenkandidaten. Das ist theoretisch möglich. Aber es ist schon irgendwo ein Geschmäckle dabei. Besonders interessant ist es auch, wenn zu solchen Demokratiebündnissen oder ähnlichem aufgerufen werden, sogar wie hier in Bitterfeld-Wolfen Petitionen gestartet werden, um zu verhindern, dass jemand demokratisch gewählt wird. Das ist dann die Demokratie 2.0. Denn hier heißt es überparteiliches Bündnis gegen die AfD. Um die Wahl Dornachs zu verhindern, hatte ein überparteiliches Bündnis für Demokratie und Toleranz eine Online-Petition initiiert. Unter anderem hatten Prinzensänger Sebastian Krummbiegel und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff für Schenk, also den Gegenkandidaten, geworben. Es gehe um eine klare Abgrenzung zur AfD und die Reputation Sachsen-Anhalts, so Haseloff, im Vorfeld heißt es hier. Und ist das nicht krass? Jetzt müssen alle Parteien gemeinschaftlich gegen die Alternative für Deutschland auftreten und aufrufen, damit man gegen eine Partei ankommt. Das ist wirklich krass. Hat es sowas jemals in Deutschland schon gegeben, dass eine Partei so stark ist, dass alle anderen Parteien sich zusammenschließen und sagen, ne, alleine schaffen wir das nicht, da kriegen wir ernsthaft Probleme. Interessant ist, ich habe das währenddessen verfolgt und das ist jetzt am selben Tag am Sonntag passiert, wo auch die Landtagswahlen stattgefunden haben, die Berichterstattung nämlich hier. Deswegen, ich habe es extra gescreenshottet, weil ich schon dachte, das geht schon in eine interessante Richtung. Zwischenergebnis in Bitterfeld-Wolfen. CDU-Amtsinhaber holt gegen AfD-Kandidat auf. Hieß es irgendwann, als er richtig weit am Führen war. Dann holte er auf und dann ging das Ganze weiter und dann hat er die Wahl gewonnen. Nämlich, den hier wollte ich euch zeigen, da sehen wir es nämlich hier bei der Mitteldeutschen Zeitung. Im Endergebnis heißt es dann nämlich hier, CDU-Amtsinhaber gewinnt Wahl gegen AfD-Kandidaten. Waren hier fast 32.000 Bitterfelder-Wolfener, die wählen konnten. Und dann sehen wir nämlich hier dieses Ergebnis. Der Herr Dornack hat hier 46,18% erzielt und auf der anderen Seite der Amtsinhaber, der Herr Schenk, mit 53,82%. Interessant wäre es, wenn das jetzt nicht auf 100% gekommen wäre. Man kennt es ja. Die Wahlbeteiligung, ganz klein hier zu lesen, 48,75%, die erzielt wurden. Es ist spannend, Leute. Es ist spannend, Leute, was hier mittlerweile bei solchen Wahlen passiert. Und nochmal, dass alle anderen Parteien sich da so gemeinschaftlich gegen schließen müssen, ist halt wirklich schon erschreckend. Gespannt bin ich persönlich besonders auf die Landtagswahlen dann in Thüringen und auch in Sachsen in der nächsten Zeit, wenn sie anstehen. Und voraussichtlich ja nächstes Jahr beispielsweise in Thüringen, wenn sie denn dann stattfinden und nicht wieder zum zweiten, dritten, vierten, ich glaube zum dritten Mal verschoben werden. Denn das haben wir ja auch schon häufig gesehen. Das ist schon wirklich sehr, sehr spannend. Denn normal ist es ja so, das ist zwar kein Gesetz, aber normal ist es ja so, dass die Partei mit den meisten Stimmen auch den Ministerpräsidenten stellt. Und wenn das wirklich der Herr Höcke von der AfD werden sollte, das wird irgendwie verhindert. Nur wie ist halt die Frage, denn dafür müsste die CDU beispielsweise eine Koalition mit der Linken eingehen. Und das wäre ein absolut wahnsinniger Dammbruch nach links. Aber wir haben auch noch eine andere Wahl, wo die AfD gewonnen hat, zumindest in diesem ersten Wahlgang. Das ist nämlich hier der Landkreis Dame-Spreewald und das ist die Wahl zum Landrat. Und da ist nämlich hier von der AfD der Stefan Cotré angetreten. Der ist als Abgeordneter im Deutschen Bundestag, Diplom-Ingenieur. Und dann sehen wir nämlich, der hat nämlich hier 35,3% erzielt. Die SPD-Kandidatin Riekhoff-Susanne ist das von der SPD. 29,9% ist damit weg. Und die Stichwahl fällt nämlich aus zwischen dem Einzelbewerber und der AfD. Da halte ich euch natürlich ebenfalls drüber auf dem Laufenden. Deswegen lasst jetzt an dieser Stelle unbedingt ein Abo da. Das kostet euch natürlich nichts. Dann bekommt ihr das mit, wie das Ganze ausgehen wird. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, was wir dann dort sehen werden. Mal gucken, ob es dort ebenfalls wieder so ein ganz knappes, heikles Ding wird, obwohl jetzt ganz gut am Führen war. In dem Moment, wo ich das Video gerade aufnehme, gibt es hier bei wahlen.brandenburg.de, also ganz offizielle Seite, ich aktualisiere auch nochmal, bislang noch nicht das komplett offizielle Ergebnis, welches hier präsentiert wird, sprich mit den Wahlkreisen. Und wir können das mal hier für Barnien beispielsweise oder nehmen oder Spree, weil das aus 2023 ist, hier exemplarisch aufrufen, wo man die Wahlberechtigten sieht, die Wählenden sieht, Wähler, die Stimmanteile, Stimmanzahl, ungültige Stimmen und so weiter. Das sehen wir bislang leider noch nicht. Aber guck mal, ist auch schon ein relativ knappes Ergebnis hier. 29.000 zu 27.000, auch schon spannend. Das hatte ich gar nicht mitbekommen. Wann war die denn im Mai, diesen Jahreslandkreis oder Spree? Okay, okay. Ja, auf jeden Fall, wenn das online ist, werde ich da voraussichtlich auch nochmal ein Ergebnis oder ein Video darüber machen, denn es erinnert mich halt sehr, sehr stark, dieses Ergebnis jetzt hier speziell in Bitterfeld-Wolfen mit der gesamten Situation an Nordhausen, weil dort war es ebenfalls sehr, sehr dubios mit den Stimmen, die reingekommen sind. Man kann natürlich, wie ich es am Anfang des Videos ja auch schon gerade gemacht hatte, damit argumentieren, dass natürlich sehr, sehr viele AfD-Anhänger, Sympathisanten hingehen und sagen, nein, ich wähle definitiv vor Ort und nicht per Brief. Und wir sehen halt so eine kuriose Veränderung der Wahl, sagen wir es mal so. Aber nochmal abschließend zu der Situation, besonders auch in Sachsen jetzt beispielsweise, dann nochmal für die Landtagswahl. Das wird spannend. Das wird verdammt spannend, wie es, ich meinte auch vorhin, Sachsen und nicht Thüringen bezüglich CDU. Das ist ja in Sachsen der Fall. In Thüringen wiederum ist die Linke ja sehr, sehr stark. Aber trotzdem, dort müsste ja ebenfalls auch die Koalition mit der Linken passieren und so weiter. Also können wir nochmal ausführlich darüber sprechen. Wenn ihr das möchtet, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber wir werden in Sachsen ebenfalls was ganz Spannendes sehen. Und wenn die CDU sich nicht darüber klaren wird, wo die Reise in den nächsten paar Jahren hingehen soll, dann bekommen die massive, ganz, ganz große Probleme, gehe ich persönlich ganz klar von aus. Aber gut, schreibt jetzt mal eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Interessiert mich, was haltet ihr von dieser Wahl? War da alles soweit im grünen Bereich? In diesem Sinne, abonniert den Kanal. Danke, bis zum nächsten. Haut rein und ciao.